Herzlich willkommen zum Decomers Interview Vlog und Podcast. Ich möchte heute eine neue Reihe starten. Und zwar haben 1000 Subscriber sich bei mir eingefunden hier auf YouTube. Und es hören auch immer mehrere hundert Leute mittlerweile den Podcast. Auf dem Decomers Blog sind einige tausend Leute jede Woche unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht teile ich doch mal meine Gedanken. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Dann bitte lasst mir ein Like da, abonniert diesen Kanal. Und falls nicht, dann wird dieses Format vielleicht auch wieder eingestellt. Ja, das ist soweit heute nur der ganz kurze Auftakt. Vielen, vielen lieben Dank an all die vielen Subscriber. Und ich hoffe, es werden immer mehr. Und seid gespannt, was in den nächsten Tagen und Wochen noch hier auf euch zukommt. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer Decomers Blog. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.